Willkommen zu Frequent Traveller TV, die heutige Ausgabe, da erzähle ich euch über den Lufthansa Maltz & Mord Discount Pass und ihr sagt, hey, da hast du doch schon mal was gemacht. Sag ich, ja, da habt ihr recht, aber es gibt da Probleme und es gibt auch eine Ungleichbehandlung der Kunden. Das ist etwas, was mich aufregt. Also da mache ich heute wieder eine kleine Ausgabe mit einem Rant. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Rant mache. Warum? Ganz einfach, weil ich mich unfair behandelt fühle. Bleibt also dran, erfährt mehr über den Discount Pass, aber auch über die Probleme und wie Lufthansa Maltz & Mord mit diesen Problemen umgeht oder auch nicht. Ja, lasst uns einfach mal in den Lufthansa Maltz & Mord Discount Pass einsteigen. Wenn ihr sagt, ich weiß, wie der Discount Pass ist, schaut einfach unten in den Shownotes nach. Da gibt es direkt einen Link. Da könnt ihr dann direkt schauen, wo ich das Problem beleuchte und euch auch Lösungen aufzeige, wie ihr dieses Problem lösen könnt. Also der Lufthansa Maltz & Mord Discount Pass ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee, denn Kunden werden mit einem Rabatt belohnt. Je nach Paket, das sind 10% oder 20% auf alle Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss, Erdolomite oder Edelweiß-Tarife innerhalb Europas. Denkt aber dran, dass es wirklich nur die anwendbaren Tarife, die diesen Rabatt bekommen. Das heißt also zum Zeitpunkt der Buchung bei Edelweiß gibt es natürlich Ausnahmen. Im Prinzip könnt ihr halt ehrlicherweise das im Hinterkopf behalten. Bei der Austrian, bei der Lufthansa und bei der Swiss gibt es den Rabatt immer, außer beim Light-Tarif. Das ist der Handgepäck-Only-Tarif und der ist ausgeschlossen. Ist natürlich schade auf der einen Seite, aber auf der Downside muss das Ganze haben. Ganz einfach, der Rabatt wird aus dem Preis berechnet, den ihr am Ende bezahlt. Das heißt also aus allem, alles was mit Steuern, Gebühren, Zuschlägen der Hauptpreis ist und der Gesamtpreis ist und dann wird das dann vom Nettopreis abgezogen und die absolute Höhe der Steuern, Gebühren, also Airline-Zuschläge bleiben unberührt. Das Angebot endet, wenn alle 3000 Pässe verkauft sind oder spätestens 31.12.2021. Ja, dieser Discount-Pass, wenn soll ich ihn nehmen bzw. wie kann ich mir das auch vorstellen mit dem Rabatt? Ja, da gibt es eine ganz einfache Geschichte. Das heißt also, man bekommt keinen Rabatt auf Prämienflüge. Also das ist ganz wichtig. Es geht wirklich um Cashflüge und ihr habt ein eigenes Portal, wo ihr buchen könnt und dieser Meister & More Discount-Pass, gibt euch dann diese 10 oder 20%. Ich in meiner Erfahrung würde immer sagen, nehmt nicht den 10%, weil der lohnt sich nicht. Nehmt den für 299 Euro, das sind 20%, geht auch gleich los, wo ich euch erkläre, wann der sich lohnt. Und zwar wie folgt, ihr bekommt diesen Pass für 12 Monate und habt dann auf alle gebuchten Flüge, die also Revenue-Flüge sind, aus der Lufthansa Group und den ausgewählten Fluggesellschaften, diesen Rabatt. Und der rechnet sich aufgrund des Endpreises, wie ich schon sagte und wird dann vom Nettopreis abgezogen. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Sagen wir einfach, der Flug kostet 100 Euro und es muss natürlich ein ineuropäischer Flug sein, ganz wichtig. Dann gibt es halt 10% Rabatt, wären dann 90 Euro oder dann, wenn der Flug 100 Euro kostet und ihr habt 20%, wären es 80 Euro. Also so ist es ganz, ganz einfach und ihr könnt halt überlegen, ob ihr den Pass nehmt für 149 Euro mit den 10% oder 20% 299 Euro. Ihr könnt natürlich alternativ mit Meilen bezahlen, 30.000, 60.000. Ich habe das nicht wirklich immer erwähnt, weil, hey, die haben einen höheren Value, die Meilen, wer das macht, sorry. Also ich habe es persönlich nicht gemacht, ich habe mir wirklich für 299 Dinge gekauft. Und die Prämien Meilen können natürlich mit den Flügen erworben werden. Also das gilt absolut problemlos und gilt für alle Direktflüge, die innereuropäisch sind oder Umsteigerverbindungen. Aber wichtig ist wirklich, dass ihr die Flugverbindungen der Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Air Dolomiti oder Edelweiß nehmt. Und bei Edelweiß gibt es halt wirklich die Einschränkung der LX-8000er Flugnummern. Das ist auch nochmal da. Und es gibt natürlich auch nochmal eine Ausnahme, wo der Discount Pass gilt. Und zwar Flüge von Algerien, Tunesien, Marokko, die werden auch rabattiert. Ist nicht Europa, aber zählt zu Europa. Ist doch geil. Also insofern der Discount Pass ist eine super geile Idee und kann ihn wirklich nur empfehlen. Er gilt auch in Economy und Business Class. Also ganz, ganz wichtig. Aber es gibt auf diesen Destinationen leider keine First Class. Deshalb wird er auch nicht benutzt oder nicht rabattiert. Und innerhalb von Österreich und der Schweiz geht es natürlich auch nicht. Das hat was mit den Steuern zu tun. Also insofern da einfach mal aufpassen. Es gibt natürlich noch einen kleinen Downside, mindestens drei Tage Aufenthalt, dass es sich nicht an Geschäftskunden richtet oder eine Samstagnacht. Also das ist halt das Thema. Jetzt, wann lohnt sich der Pass? Also dann sind das zehn Prozent. Und ihr müsstet dann eine Buchung oder einen Umsatz haben bei Luft da von 1.490 Euro innerhalb eines Jahres. Das wäre so dann der Punkt. Bei 20 Prozent ergibt sich dann eine Summe von schon 1.495 Euro. Das ist also quasi der Break-Even, den ihr haben solltet. Und ja, ihr seht, hey, das sind fünf Euro Unterschied. Deshalb nehmt den 20-Prozent-Pass, weil ab dann schafft ihr dann wesentlich mehr Rabatt. Und auf der Seite wird das auch sehr schön angezeigt, wie der Rabatt ist. Ich blende das immer wieder mal ein, wie das ist. Und wenn ihr wirklich diese Umsatzschwellen überschritten habt und ich sage wirklich, kauft euch die 20 Prozent. Für 1.495 Euro Umsatz, den ihr macht, kriegt ja dann 20 Prozent. Und dann geht das wirklich ab in den zwölf Monaten. Und wenn ihr also wirklich Flugbuchungen habt über dem Wert, dann muss man sich das holen bei innereuropäischen Buchungen. Also ganz wichtig, das gilt nur für innereuropäische Buchungen und drei Tage Aufenthalts, Samstag Nacht. Leittarif, ich muss es nochmal erwähnen, ist nicht drin. Also insofern, das sind die Nachteile. Jetzt hatten wir etwas Zeit bei unseren Kunden und auch bei mir, da den Discount-Pass auszuprobieren. Und da ist mir aufgefallen, dass der Discount-Pass, ja, er zeigte nicht alle Verbindungen an. Und ich habe mir gedacht, ist das absichtlich, ist das zufällig, was ist da passiert? Dann habe ich von einem unserer Kunden zufälligerweise auch den Hinweis bekommen, dass er sich, ja, er hat sich beschwert und hat dann bei My Zermau-Discount-Pass angerufen. Die Rufnummer schreibe ich euch auch eventuell rein. Wenn ihr einen Discount-Pass habt, dann könnt ihr euch direkt melden. Blende ich hier ein. Dann, oder E-Mail natürlich. Dann hat er eine E-Mail bekommen, wo man sich bedankt, dass er den Discount-Pass genommen hat und dass der Discount-Pass halt wirklich großen Anklang angefunden hat. Und was soll man dazu sagen? Ist ja auch eine geile Idee. Also ich bin immer noch davon überzeugt, auch wenn es ein kleiner Rant wird und ihr merkt, ich habe mich auch schon wieder etwas beruhigt, hat er halt die Flüge nicht angezeigt bekommen und man sagt bei Lufthansa, das wäre ein Problem gewesen, der lokalisiert worden ist und beim Taschen-Provider mit höchster Priorität adressiert wurde. Also man arbeitet an einer Lösung. Und für die Unannehmlichkeiten möchte man sich entschuldigen. Nichtsdestotrotz hat man ihnen gesagt, hey, diese Entschuldigung ist nicht genug. Wir möchten auch etwas machen. Das heißt also, wir möchten den Discount-Pass um zwei Monate verlängern. Heißt also, man hat wahrscheinlich den November und den Dezember genommen. Heißt also 30 Tage plus 31 Tage 61 Tage. Und deshalb steht dann unten nochmal drin, sie haben dann zusätzlich 61 Tage, an denen sie ihren Discount-Pass nutzen können. So far so good. Dann habe ich gedacht, hey, ich habe das Problem auch gehabt, habe mich nur nicht beschwert, habe das auch von anderen Leuten schon gehört, dass der Discount-Pass da so ein paar Probleme hat. Habe mich dann ans Telefon begeben, habe im Callcenter angerufen, habe gesagt, hey, wie schaut es bei euch aus? Wie ist das Thema? Was passiert bei mir? Daraufhin wurde gesagt, nee, das wird nur gemacht für Leute, die sich beschwert haben und das mit einem Screenshot belegen können. Ich so, what? Das heißt also, für einen Fehler, der bekannt ist, muss ich noch nachweisen, dass ich darunter gelitten habe? Das ist etwas, was für mich eine ganz, ganz neue Dimension der Geschichte ist. Also für mich persönlich ist das etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Das eine ist, man macht einen Fehler. Hey, okay, passiert den Besten. Passiert auch mir. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr wisst es. Keiner ist vollkommen. Schaut in den Spiegel, ihr wisst es selber, ihr seid auch nicht vollkommen. Das ist nicht schlimm, aber das Schlimme ist, wie gehe ich mit diesem Fehler um? Das heißt also, nur Leute, die sich beschwert haben, die geschrieben haben mit Screenshot hin und her, la la la, haben das bekommen. Also das ist etwas, was ich persönlich für sehr schwach halte. Wir reden von 3000 Pässen maximal und es sind noch nicht alle verkauft. Und dann hat die Lufthansa die Schutzbe zu sagen, hey, wir valuen dich als Customer, aber du, der dich nicht beschwert, den wählen wir nicht. Also Leute, so geht es nicht. Und jetzt mein Tipp für euch. Was kann ich tun, wenn euch das passiert? Wenn ihr den Discountpass gekauft habt, ihr dasselbe Problem hattet. Zwei Möglichkeiten. Variante eins ist, ich würde ganz knallhart den Leuten einmal schreiben, hört zu. Vielen Dank, das ist ein bekanntes Problem. Ich hätte gern die 61 Tage, gibt sie mir. Ende aus Mickey Maus. Wenn das zweite ist, ihr könnt auch einfach kündigen, weil die Leistung nicht erbracht worden ist. Kündigt den Pass. Ich persönlich, ich werde nicht kündigen. Ich werde jetzt nochmal schreiben, werde sagen, hey, das kann es nicht sein. Und vor allem, I value my time. Warum soll ich etwas machen, was bekannt ist? Also das ist für mich kein Kundenservice. Wenn ihr den Discountpass habt und wenn ihr der Meinung seid, das ist okay, schreibt es unten rein. Wenn ihr sagt, der Discountpass ist geil, aber das Verhalten ist nicht okay, schreibt das auch rein. Also schreibt alles unten in die Kommentarspalte rein. Ich werde in den Shownotes die Kontaktraten und alles nochmal veröffentlichen. Ich denke mal, wir werden eine Reaktion bekommen. Ich würde mich freuen, wenn man die Kuh mal wieder vom Eis bringen würde. Aber es ist halt wirklich immer wieder sehr, sehr erschreckend, die Fluggesellschaften, das Vertrauen der Kunden, was gerade frisch erworben ist. Ja, einfach konterkarieren durch einfach nicht nachdenken. Leute, denken. Ja, also da ist doch dieses, wir sind keine Zitronen, die man einfach auspressen kann oder Leute, die man für dumm verkauft. Und ich habe auch mal eine Diskussion gehabt mit jemandem, der auch Blogger ist, der sagt, er versteht die Fluggesellschaften nicht oder Hotels oder sonst was, die einfach denken in Social Media Zeiten, dass solche Sachen nicht rauskommen. Also, Leute, bitte, 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 get real, werdet einfach mal wieder etwas munterer. Der Winterschlaf bei Lufthansa, ich kann es verstehen, aber gebt die 61 Tage für alle Kunden. Und warum muss ich etwas beweisen, was eh ein bekanntes Problem ist? Also unglaublich. Das erinnert mich einfach an das Thema der Rückzahlung und an die Thematik, wenn es um die EU-Verordnung geht, wo man Geld bezahlen muss als Kompensation. Also, so nicht. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Trailer Circle. Heute in etwas ungewöhnliches Format. Ich kann auch wieder lächeln, nachdem ich das wieder von meiner Seele habe und da ein Seelencleansing gemacht habe, die Hygiene meiner Seele gesorgt habe. Wenn ihr solche Probleme habt, lasst es mich wissen. Ich nehme es gerne auf. Ich freue mich, die Themen mit euch zu diskutieren. Hier auch wieder der Hinweis für Klapperhaus. Heute Abend der Talk. Wir werden da ein schöneres Thema haben, hoffe ich. Also, je nachdem, wann ihr euch dazuschaltet. Ich freue mich und danke, dass ihr dabei wart wieder bei Frequent Trailer TV und ja.